Das ist eine neue Technologie, die Herais initiiert und ermöglicht diese Technologie. Zukünftig muss der Energiebedarf reduziert werden und das unterreicht man unter anderem durch effektivere Leistungselektronik. Die Leistungselektronik kann effektiver werden, indem man Sinter-Technologie verwendet. Es gab unterschiedliche Projekte im Bereich der Entwicklung, wo sich herausgestellt hat, dass Sinter ein guter Prozess für die Zukunft sein könnte. Um dieses zu verifizieren und auch ein bisschen Prozess-Know-how zu gewinnen, habe ich an dem Sinter-Seminar bei IREOS teilgenommen. Ich denke, Sinter ist eine interessante Technologie, vor allem im Hinblick auf erhöhte Zuverlässigkeitsanforderungen in unterschiedlichen Produkten mit erhöhten Temperaturen. Und ich glaube, diese Technologie wird in der Diätash-Technologie, besonders mit der Inter-Konnect-Technologie sehr gut angenommen. Gerade das Hands-On-Training am zweiten Tag bei uns im Application Center wurde sehr gut angenommen. Es war wirklich schön, dass man das mal machen konnte. Und auch so die Absprache mit den anderen Teilnehmern zu dem, wo haben andere Herausforderungen oder wer arbeitet in welchen Richtungen, ein schöner Wissensaustausch. Dementsprechend haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, nächstes Jahr dieses Seminar nochmal anzubieten. Darüber hinaus werden wir auch neben dem Thema Sinter zukünftig auch im Rahmen der IREOS Electronics Academy weitere Seminare zu anderen Themen anbieten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.